Hallihallo Hallo Dennis, ich bin Nils aus der Zukunft Hallo Nils aus der Zukunft Du hast mir eine zukünftige leere Karaffe mitgebracht Ja, aber es ist noch etwas Zukunftswein in diesem Glas drin Zum Wohl Zum Wohl Wie viele Folgen aus der Zukunft kommst du denn? Ich komme drei Folgen aus der Zukunft Na sowas Ungefähr, plus minus eine So wohlgekleidet wie du bist, sieht das aus als wenn du auf einem Schindig gewesen wärst Dennis, lass mich dir sagen Auch in der Zukunft ist noch nicht klar wie die Folgenummerierung bei Firefly funktioniert Wir werden es niemals herausfinden Es ist eine Warnung an dich von mir aus der Zukunft Das einzige was du machen kannst ist noch eine Folge Firefly zu gucken, wie wär's mit jetzt? Na gut Überraschung, ich bin gar nicht der Nils aus der Zukunft Ich bin der normale Nils Ja, der Anti-Jesus hat Wein in Wasser verwandelt Ja Dann Oder Wodka Schön So eine ganz leichte Note von Rotem mit ein bisschen Gänsewein dabei Lecker Und fettig riecht's auch noch Ja Hast du vorher noch vom Chinesen das ausgespült und dann da reingetan? Ich hatte gerade zumindest den Geruch Wir haben eben Chinesisch gegessen Muss man dazu wissen Echt? Ja, ja Du musst also Um dich mal kurz auf den aktuellen Stand zu bringen Du und ich Wir haben eben Chinesisch bestellt und dann kam jemand und hat das gebracht Und dann haben wir das gegessen Ja, aber das werden wir doch gegessen haben Weil das ist ja quasi in der Zukunft passiert Das war stimmt Das war noch in der Zukunft Für alle, die gerade erst eingeschaltet haben Wir haben eine Folge aus Versehen aufgenommen die falsch war und die kommt erst in drei Wochen Um mal das Rätsel aufzulösen Na sowas Ja, jetzt haben wir gerade endlich dann die Folge gesehen Die heißt Our Mrs. Reynolds Genau Das müsste Folge 3 sein, oder? Pilot 1, 2, 3 Je nachdem wie man halt zählt Alte Zeitrechnung, neue Zeitrechnung Captain Reynolds macht was Gutes Dann hat er voll den Megatag Dann ist er betrunken Und am nächsten Tag gibt es in seinem Leben eine schöne rothaarige Frau Und das überfordert ihn und bringt sein ganzes Leben durcheinander Das ist die Folge ein bisschen zusammengefasst Hat der ein oder andere sicherlich auch schon mal erlebt in der einen oder anderen Form Genau, man ist halt im Nachbardorf auf dem Dorffest abends und am nächsten Morgen wacht man auf und kramt so ein bisschen in seinem Abstellraum und plötzlich kommt da eine Frau und sagt Übrigens, wir sind verheiratet Also passiert halt häufiger Das hat eigentlich jeder schon mal mitgemacht Ja, das ist halt so eine Feier Also die Folge fängt ja an Die sind dann da und bringen so Banditen zur Strecke die so ein Dorf tyrannisieren und dann sind die Dorfbewohner ganz dankbar und anscheinend hat die sich dann da eingeschlichen Wir reden ja jetzt Wir tun ja jetzt nicht so, als wüssten wir nicht, was in der Folge passiert Die Frau gehörte doch nicht zu dem Dorf dann eigentlich Ja, das ist halt komisch Das weiß man halt irgendwie nicht Also es wird ja quasi Also ihre Beweggründe werden ja nicht so hundertprozentig aufgeklärt Also klar, sie sagt natürlich anscheinend dass es ihr halt auch Spaß macht irgendwie die Leute um den Finger zu wickeln und halt zu überlisten und so Aber man weiß natürlich jetzt nicht ob sie vielleicht auch mit dem Dorf irgendwie also mit dem Dorfwältesten gemeinsame Sache macht oder so Wer weiß, was der Regenstab alles im Schilde führt Ja, das weiß man natürlich nicht Also Jane kriegt so einen Regenstab geschenkt und ist vollkommen überwältigt von der Schönheit Der ist halt zur Beruhigung Also weil sonst wäre Jane halt total Ja, er trinkt zwar Wodka Wachsam gewesen und so Aber der Regenstab der hat ihn so beruhigt und dann halt davon abgehalten hier alles direkt zu durchschauen und so Ja, der ist eigentlich ein Fuchs auch Der passt auf Genau, nicht so schlau, aber der stinkt so Ne, fällt mir kein lustiger Witz zu ein Aber ich kenne auch keine lustigen Witze Ich kenne immer nur anstrengende, lobe Witze Achso Ja, diese Frau, die stellt sich dann raus Also die tut erst so, als wäre die so ganz schüchtern und so, ne Genau, so ein Heimchen Wenig erzogen oder zu viel erzogen Ja, irgendwie schön von der Realität Abgehalten und so, ne Voll die abge Abgefahrene Abgebrüte Con-Artist Ja, abgebrüht Ausgebrüht Ausgebrütet Also total ausgebrütete Con-Artist Ja, da ist keine Schale mehr an der Frau Nee, also Haha, weil die auch so ein bisschen nackig ist in einer Szene Die ist halt eine Heiratsschwindlerin, würde man sagen Ja, ja schon Die ist halt so So eine Erbsschwindlerin Ja, wie so eine, die halt so auf so einem Kreuzfahrtschiff So, oh, mein Mann ist ja gerade verstorben Und ich wollte eigentlich mit meiner Schwägerin hier die Kreuzfahrt machen Mein ganzes Erbe Neue Gedanken zu kommen Aber, äh, genau Auch das hat sicherlich der ein oder andere schon in einer oder anderen Form erlebt Ja, oder selbst durchgeführt Ja, ja, ja Wie gesagt, ne An manchen Tagen bist du die Henne An manchen bist du das Ei Genau Ich glaube, so ungefähr geht die Weisheit Ja Ich glaube, das muss man aber anders machen Das muss man sagen An manchen Tagen bist du die Henne Und an manchen Tagen bist du das Ei Thomas So Ja, Thomas Reden wir über denselben Thomas Weiß ich nicht Space Table Thomas Ja, ich dachte jetzt vielleicht über, über, über einen von unseren Patreons Ja Über einen, einen der wunderbarsten Menschen dieser Welt Weil er nämlich unser Patreon ist Das stimmt, das stimmt Thomas Er und andere Patreons auch Ja Und ja, alle anderen Patreons von uns natürlich auch Thomas hat übrigens einen Vorschlag gemacht Wir sollen die Leute mehr ansprechen, Fragen stellen Findet ihr das auch, dass ihr an manchen Tagen das Ei seid Und manchen die Henne Schreibt in die Kommentare Und teilt uns eure Meinung mit Thomas Und alle anderen auch natürlich Ja Ach, das ist der Audio-Podcast Da kann man nicht einfach in die Ehre starren Ich dachte, das geht ja auch Ich dachte, du wolltest einfach noch so ein bisschen So ein paar Impressionen aus der Folge geben Weil es war ja, das war die Folge des unangenehmen Schweigen Ja Das war wirklich schön Das kann man auch sagen Das hat natürlich Viele unangenehme, schöne Schweigemomente Und Überforderungsmomente auch Leute, überforderte Leute In eigentlich gar nicht so schlimmen Situationen Sind eine meiner Lieblingsformen von Comedy Genau Wenn Ja Wenn Jane von irgendwelchen Seinen Eskapaden Oder seinem üblichen Umgang mit Ich weiß nicht, ob es Frauen oder Prostituierte sind Erzählt Ich glaube, der Unterschied ist gar nicht so groß Schauen alle Also bei ihm jetzt Achso Was? Es gibt ja auch Companions noch Achso Ja Ja Schön Nee, also dann Wo wir gerade bei Eskapaden mit Prostituierten sind Ich kenne jemanden Der hat da eine lustige Geschichte Aber die erzähle ich jetzt nicht Achso Weil das wäre Ich sage auch nicht, wer es ist Nee, du weißt auch nicht, wer es ist Ja Zum Glück Super, kenne ich die Person gar nicht Du kennst die Person, doch Die kennst die Person Die Person war auch schon mal bei dir zu Hause So Bei mir zu Hause Jetzt Mehr erzähle ich nicht Es waren wirklich von der Handwort Personen Die schon bei dir zu Hause waren Es ist eine Aha Es ist nicht der, an den du gerade denkst Oder vielleicht schon Ich weiß es nicht Ist auch nicht wichtig So Nachdem ich jetzt so hervorragend abgelenkt habe Kann man auch mal erzählen Dass die auch Essen kocht Und der Wash findet das ganz toll Und der ist aber unter dem Pantoffel von der Zoe Und mag das aber auch Der Arme Weil die sich ja gut Die spielen sich ja immer gegenseitig gut zu Und so Die haben da beide Spaß dran Das stimmt Habe ich gut gemacht Ja Hast du gut jetzt Ja, der mag das Wenn die Frau so ein bisschen auch fordernd ist Sagt er ja dann später Ja, ja Ja, ja Nee, das ist halt auch Also die Zoe ist auch keine einfache Aber dafür auch gar nicht so kompliziert Mhm Mhm Also so genau der richtige Mittelweg Tatsächlich sehr, sehr Sehr attraktiver Charakter Weil die keine Zeit für Bullshit hat Genau Und nicht dumm ist Und man weiß ja auch Dass sie sich halt auch durchsetzen kann Also ich meine immerhin hat sie ja halt als einige von wenigen aus Captain Reynolds Gruppe Gratun da überlebt Den Krieg überlebt Also das ist halt Stimmt Wenn ich so als die Einzige Oder? Kommen noch mehr? Ja, also er hat ja auch überlebt Ja, okay Ja, ja Aber genau Viel ist da nicht übrig geblieben Von daher Ich weiß ja nicht, wie viel kommandiert denn so ein Sergeant Ja Wenig wahrscheinlich Space Sergeant Space Sergeant ist er ja auch Ja Gibt es irgendwelche Charaktere in der Folge, die Es gibt wenig Charaktere eigentlich, ne Es ist wirklich so eine Fast schon so eine Art Kammerspiel Die sammeln die ein Das hätte ich jetzt Ich war gerade im Überlegen Es waren mir doch irgendwie ein paar zu viele Räume für ein Kammerspiel Ja Also wäre jetzt alles Hätte alles irgendwie in der In der Wie sagt man denn Cargo Bay gespielt oder so Ja, in dem Essensraum In der Messe Wie sagt man denn In der Messe Genau, ne Hätte das da alles gespielt Wäre es halt ein Kammerspiel irgendwie fast gewesen Aber dafür Man hatte irgendwie noch den Den Planeten, wo es angefangen hat Und viele irgendwie Räume zwischendrin Ja, ja Man hätte es aber runterschrauben können Man bräuchte ja im Prinzip nur ein anderes Zimmer Wo halt die Sachen ungesehen passieren können So ein Schlafzimmer Wo der Reynolds dann liegt oder so Und die Messe Ja Ja, aber es war Sag ich jetzt mal Sehr Sehr sparsam von den Von den Locations Und auch Wenig Was halt außerhalb passiert ist Außer Dieser komische Elektro-Ring Genau Der auch irgendwie relativ irrelevant war Weil das halt nicht mal die Motivation Von dem Bösewicht der Folge war Aber es war lebensbedrohlich Und sie haben es nur gerade noch so geschafft Ich fand das Weil Vera Sie alle gerettet hat Ich fand die Lösung eigentlich Ziemlich erfrischend Kurz und effizient Wie wir oft sagen In dieser Serie Einfach ein paar Löcher da Reinschießen In den Kommandoturm Mit einem besticknormalen Gewehr Den Kolben kaputt schießen Genau Und dann war es das Fertig So Ich glaube, dass auf den Kommandoturm schießen Das war einfach Janes Rache So Aber das ist halt Ich meine so Einfache 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 Janes Rache Ja Ich meine die einfache Hau-Drauf-Lösung Passt ja auch eher zu Jane Ja Also das ist ja So jetzt halt so eine Mega komplizierte Sache Sich da zu durchdenken Und die irgendwie auszutricksen Und so Ist ja eher jetzt nicht so sein Ding Was schön ist Die Folge sich halt die Zeit Genommen hat Für Diesen Bösewicht-Charakter Und die Sachen Die Dieses Schindluder Was er treibt Was sie treibt Wie ist sie Safron Oder so Wir wissen ja nicht Der Käpt'n hat sie ja K.O. geschlagen Bevor sie den Den wahren Namen Revealen konnte Ah schön Ich weiß nicht, ob das auch zu den Awkward Silence Momenten zählt Zu den angenehmen Angenehmen Awkward Silence Ich weiß nicht, ob das passt Da gibt es auch Dass er kurz Kurz wartet Und sie boxt einfach Für Männer Die Frauen K.O. schlagen Ja Der Preacher Hatte auch Schöne Szenen Und ich fand auch Schön die Reaktion Als Sie dann besprechen Was das eigentlich Für eine Frau ist Die sie da an Bord geholt haben Dass das voll die effiziente Con-Artist-Frau ist Und die auch Companion Academy Skills hat Und so Und Reynolds dann halt Irgendwann in seiner Forderung sagt Preacher Du hättest sie auch geküsst Hör mal auf mir Die ganze Zeit vorzuwerfen Dass ich voll der fiese Rapist Ausnutzer bin Der Preacher hat wirklich Irgendwie das Schlimmste Von ihm gedacht Also Ist aber schön Aber vor allem halt auch So nach dem Motto So als Also ich meine Die war ja schon Eine erwachsene Frau Aber so irgendwie Das ist jetzt irgendwie Ein behinderter Kindersklave Mit dem du da jetzt Irgendwie was machst So ungefähr Wenn du auf deinem eigenen Schiff den Ruf hast Dass die Leute schon Das Gefühl haben Zu dir kommen zu müssen Und dir das von sich aus Sagen zu müssen Wenn du sie anfasst Dann Dann hast du Ja Ist nicht unbedingt geschafft Aber das macht Ein Charakter In einer Folge Unterhaltsam In einer Serie Aber ich glaube Es ist zu Unrecht Im echten Leben Ist das natürlich Unangenehm So einen Ruf zu haben Stell ich mir vor Aber für das Format Ist das Nein aber der arme Captain Reynolds Der wird da zu Unrecht Auch Ja In diesen Ruf gestellt Weil man Ja So wie er ja sagt Ist es halt schon Sehr lange her Dass da irgendwas passiert Er hat sich auch Sehr viel Mühe gegeben Muss man ja sagen Guckt weg Flash Ja und ich meine Mehr als zweimal Weggucken kann man halt Auch nicht Also irgendwann Das stimmt Irgendwann ist halt auch Schwierig Wenn da halt so eine Barbusige Rothaarige Frau Ja wenn man nicht Mitrechnet Ist das halt auch Sehr effiziell Ja erzähl mir mehr Davon Was hast du erlebt Auf dem Weg hierhin Ich habe nur Ich habe nur Verständnis für den Arm Captain Reynolds Ich sehe Busen in deinen Augen Blitzen Busen in meinen Augen Blitzen Diesen Wort Diesen Satz habe ich noch nie gesagt Und werde ich wahrscheinlich Auch nie wieder Ja Der arme Captain Reynolds Ja ich Ich leide einfach gerne Mit Captain Reynolds Der so zu Unrecht Von allen irgendwie Für schlechter gemacht wird Als er ist Ja man ist schon irgendwie Mittlerweile Nach so ein paar Folgen Voll auf seiner Seite Und ist voll dabei Aber das ist ja auch Da muss man ja auch sagen Der Schauspieler ist ja halt Auch so ein Sympathiecharakter Absolut Ich weiß nicht Hast du Kessler gesehen? Ich habe nichts Das ist mein erster Nathan Fillion Kontakt Ich kenne nur die Geschichten immer Und wenn Leute sagen Oh guck mal hier Den will ich heiraten Der sieht aus wie Nathan Fillion Und sowas Und dann sieht er aber Nicht wirklich so aus Aber dann weiß ich immer Wer gemeint ist Ah ja Und der ist wirklich sehr gut Muss man sagen Es ist auch genau die Sympathische Mischung aus Er sieht gut aus Aber er ist nicht schön Er ist nicht so Weißt du so Papierschön Genau Er ist nicht so aufdringlich schön Er hat halt so diese Nase Die so aussieht wie von Herkules von Disney Und so So vorstehend irgendwie Und so Aber er ist halt nicht hässlich Er sieht gut aus Aber er ist nicht schön Er ist kein Schönling Ja Und er ist halt auch nicht Schwierig oder sowas Deswegen ist man halt auch als Mann Irgendwie voll bei ihm Und mag den Und will so Will vielleicht nicht unbedingt sein wie der Aber man will Dass der da ist Und mit einem Bier trinkt Oder was die auch immer Man könnte auf jeden Fall Mit ihm Irgend so ein chinesisches Space Ale trinken Ja Lass mal zum nächsten Mal So Reiswein oder so besorgen Sack Ja oder was chinesisches Es gibt so eine riesige Chinesische Was heißt das Pflaumenwein oder sowas Oder Pflaumenschnaps Firma Die ist riesengroß Habe ich vor tausend Jahren Mal eine Doku drüber gesehen Weißt du ob es noch gibt Ja Zingtao Haben wir auch schon mal In einem Beschenkefilm benutzt Aber das ist für zu weit Ja lass mal was chinesisches besorgen Für nächstes Mal Ja Ja vielleicht Essen wir ja während wir Folge 6 gucken Essen wir vielleicht was chinesisches Für Folge 6 Wäre ich eigentlich angebracht Das wäre perfekt Lass das mal so planen Ja Ähm Äh Shias Weiß nicht wie man das Auf der Aufnahme hört Aber äh Oben ist Der Ballrock ist wach geworden Der Ballrock Ja wir müssen uns beeilen Ich höre schon Trommeln In der Höhe Ja die Urukai Stampfen schon durch die Gegend Ja Wir können nicht hinaus Sie kommen Äh Ja ist aber Gandalf sagt jetzt auch Gute Nacht Oder hast du noch was Ne Ich schaue gerade so Also wir werden natürlich Irgendwie immer kompakter Ja Naja wir hatten auch schon mal Eine 12 Minuten Folge Recht Ja wir nicht Aber Patrick und ich Ja gut Aber das ist ja Ich will ja eigentlich Da nicht nach unten durchbrechen Ja sonst bitte Bitte Ja bitte Lass mich doch mal kurz überlegen Aber ja War eine schöne Folge Gibt gar nicht mehr viel zu sagen Nils Hat mir sehr viel Spaß gemacht Ja also war auch Wie gesagt minimalistisch Aber gut Und das ist oft ein Zeichen Von gutem Gutem Geschreibsel Äh du bist ja nicht so Der Samuels Freund Aber es gibt eine Folge Von Damar Nelorian Die ist auch sehr klein Und ist ein kleines Hallway Set Mit wenigen Charakteren Und ist eine sehr gute Folge Die heißt Weiß ich nicht mehr Aber Beloved Actor Stand Up Comedian Bill Burr Ist in der Folge Achso Der ist nicht so gut Da drin Aber es ist okay Dass er da ist Er stört nicht Okay Und genauso wie in Firefly Jetzt gerade die Frau Aus Madman war Die du ja erkannt hast Richtigerweise Ja ich dachte erst Es wäre Boston Legal gewesen Aber es war Madman Das ja Ja jetzt müssen wir mal rausfinden Wie die aus Boston Legal heißt Ne ne das war einfach Hab ich einfach immer im Kopf Achso es gibt die Es gibt ja gar keine Szene hast du verwechselt Ne ne ich hab das einfach Irgendwie falsch zugeordnet Also ich hatte sie Quasi vor meinem inneren Auge Aber ich hab's irgendwie Falsch zugeordnet Ich weiß überhaupt nicht warum Weil Madman und Boston Legal Eigentlich doch relativ weit Auseinander liegen Boston Legal hab ich auch noch nie gesehen Hast du auch noch nie gesehen Zwei, drei Folgen Sind das 40 oder 20 Minuten Folgen 40 ne Das sind richtige lange Folgen Ja Vielleicht auch was für Machen wir da Crime Table oder so Können wir ja auch mal machen Kann man vielleicht mal machen Sind ja auch interessante Charaktere drin Ist doch Space Table Kann man doch machen Mit William Shatner Und René Aubagenois Achso Und auch James Spader Ist da drin James Spader natürlich Also eigentlich ist das quasi Das Crossover Das ist quasi ein Star Trek, Stargate Crossover Star Trek Also das ist ein Toss DS9 Stargate Crossover Ja Eigentlich Und Boston Legal ist bestimmt Die ganze Zeit sowas wie Measure of a Man Die Folge wo Data Vor Gericht steht Ist auch von einer Anwältin geschrieben Ich hab leider den Namen vergessen Hat auch ein paar Star Trek Folgen geschrieben Ja Aber ich komm jetzt nicht auf den Namen Ne also da muss ich sagen Measure of a Man ist halt Zu ernsthaft Um halt mit Boston Legal Verglichen zu werden Okay Weil William Shatner die ganze Zeit Bestimmt Der ist bestimmt so So ne Hier komm Ne eigentlich ist James Spader Ich spreche dich frei Aber dafür knickknack So Ja das versucht er immer Aber ja Es ist wirklich Es ist auch zu alt Der ist wirklich fett und fies Ja der ist auch ein bisschen dement Auch in der Serie Also nicht nur in echt Hab ich da so im Kopf Da dachte ich irgendwie am Anfang Ist ein Star-Anwalt Und dann kriegt der aber Demenz Ja aber der ist Aber Star-Anwalt kriegt man eigentlich Gar nicht mehr mit Also eigentlich ist halt Wie heißt der nochmal? Die Den Charakter? Danny Donnie Crane Ne Danny Crane Danny Crane Weil der Sohn heißt ja Donnie Crane Das ist halt Daniel und Donald Er ist auch ein Bekannter Naja auf jeden Fall Die heißen ja Crane, Poole und Schmidt Die Anwaltskanzlei Crane ist halt Donnie Crane Poole ist halt so ein komplett irre Also der ist irgendwie Der wird immer als Kommunist Vom Crane glaube ich bezeichnet Und Schmidt ist halt so eine Frau Die quasi da alles organisiert Und die das halt irgendwie alles zusammenhält So eine ältere Also zwei Charaktere und eine Frau Ne der Poole spielt halt nur mal so Zwei, drei Folgen mal überhaupt Aber der René Bajonois ist noch der Chef von Daniel Crane Ne, ne Oder so Ich hatte ja nicht irgendwie was zu sagen Ich hab vor 100 Jahren mal gesehen Der hat irgendwie mal mit allen geschimpft Ja, das kann halt sein Der ist halt auch Seniorpartner Das ist ja immer in diesen komischen Anwaltskanzleien Es gibt ja da Gründungspartner Seniorpartner Mit Seniorpartner Geschlechtspartner Sicherlich auch in der Serie Juniorpartner Angestellte Anwälte Angestellte Anwälte Mit Aussicht auf Promotion Oder irgendwie sowas halt Also das ist Ist ja ein bisschen kompliziert Dieses komische Anwaltsgedöns halt Gewese Kann sein Aber ja eigentlich ist es halt so Diese Frau ist halt die Also ist halt die Eine von den drei Partnerinnen Die organisiert das halt alles Und versucht halt Die ganze Zeit Danny Crane davon abzuhalten Blödsinn zu machen halt Ja, also so Hey, es gibt irgendwie Hier total wichtiges Gerichtsverfahren Danny Crane sagt Ich geh da hin und regel das Und sie sorgt irgendwie dafür Dass er nicht da hingeht Sondern halt Ja, René Ich kann immer seinen Namen nicht aussagen Ist ja egal, ist ja tot jetzt Genau Der ist halt eher so Der Der Vernünftige Und der das halt so Rational und gut regelt Das ist ein bisschen wie Freundin Ist so Die geht so auf Cons Und macht dann so Personal Assistant Für die Darsteller Und die war auch mal Von William Shatner Der PA Sagen die Und die musste auch Die ganze Zeit aufpassen Dass der keinen Blödsinn macht Das war im Prinzip ihre Aufgabe Ah ja Also das ist halt quasi Aus dem Leben gegriffen Boston League Ja Auch Anwälte Zum Beispiel Gibt es wirklich Anwälte gibt es wirklich? Ja Echt? Kannst du googeln Das glaube ich ja nicht Doch Steht im Internet Die hat man doch mit den Telefonhörer Desinfizierern zusammen Auf ein Raumschiff geschickt Und los, oder? Ja, aber die sind ja zurückgekommen Wieder Die sind einmal um den Mond Und dann zurück Hm Hm Ja, ist Naja Ja, aber Boston League Kommt dann auch irgendwann mal Wenn wir mit Firefly durch sind Ja, können wir uns ja überlegen Und Stargate durch ist Und Toss Und DS9 Und Discovery Und Animated Series Ganz wichtig Ah So, jetzt haben wir 20 Minuten Na gut Na gut Jetzt hören wir halt auch auf Die Leute können ja nicht unendlich lange Auch Autobahn fahren Ne, das ist ja auch so Also man hat ja halt auch Irgendwann will man ja auch mal Kurz Pinkelpause machen oder so Ja, das sind ja also Naja gut, das kann man ja Man kann ja auf Pause drücken Wenn man pinkelt Aber wir sind ja Wir produzieren ja dafür Dass die Leute uns auf der Autobahn hören können Achso Hallo Thomas Das heißt, wir müssen halt lauter reden Wegen Weil die halt alle Weil die anderen Autos sind Weil die so billige Autos haben Die halt so laut sind Hm Ah, hm Oh, das kennst du ja Wenn man so kitzelt Auf der Lippe Hm, ah, fies Hm Ah Entschuldigung Okay Also schönes Gesicht Zum Abschluss Danke gleichfalls Also dann haben wir halt Hier unseren Gänsewein Auch noch leer gemacht Zum Abschluss Es gibt Leute Die mit so kleinen Gänsebabys jonglieren Hm Hm Hab ich auch gehört Tschüss Tschüss Geschenke 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 Geschenke